...eigenlich restaurierte Autos, aber sein Herz hat für diese Zehnenkreuze von drei Tagen ...her hat sich die Zehnenkreuze restaurieren lassen. Ich wollte sie aber nicht sehen und lieben, und ich habe gesagt, ich habe kurz gewusst, ich habe Amerika gekauft und wäre, ich habe sie einen Schweizer gekauft und heute wird sie getroffen auf dem Engelsleuchter Lukas Meier, im Land des Lufttransports des Wartes, hier selbst Helikopter und Technikflugzeuge gelohnt. Einzigartig, meine Damen und Herren, C6303 1942 gebaut in 159 Exemplaren, ein Zielschleppflugzeug gebaut von den eigenen Flugzeugwerken in Emmen und lange Jahre in, wie ich gesagt habe, in einem Handal kurz vor der Verschrumpfung. ...und dann gefällt uns, also es ist wirklich wieder eine Auszeichnung für uns, hier, diese C6303 zu sehen, wie ein einzigartiges Manöver, und wir nehmen uns die Begründung gebracht, das ist die Begründung, die wir heute vorstehen. ...und dann ebenso, dass diese Begründung die Begründung im Land des Lufttransports ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020